Ich weiß nicht, mehrere Leute, die da unten gearbeitet haben, sind von Übelkeit befallen worden, Sodbrennen, Erbrechen. Sie sind sofort ärztlich untersucht worden, ohne dass eine direkte Ursache festgestellt werden konnte. So. Ich würde es trotzdem riskieren. Ich hatte Sie schon fast aufgegeben, Dr. Goetsch. Hat das aber lange gedauert. Es tut mir sehr leid. Ein neues Problem? Allerdings, und zwar ein sehr peinliches. Das ganze Wasser hier im Reservoir ist irgendwie verdorben. Es ist dickflüssig wie Sirup. Es erzeugt Übelkeit und ist undrinkbar. Bakterien? Nein, nein, eben nicht. Die Ursache ist völlig unerfindlich. Ist die Lage ernst? Nein, im Augenblick noch nicht, aber sie könnte es werden, wenn sich die Störung ausbreitet. Wann hat es denn angefangen? Oh ja, das war vor etwa 14 Tagen am 23. Ah, heute? Ja.